Vorher, das war ein Piano-Accordio-Jazz, wurde von einer Firma Seibold in Strasbourg 1924 gebaut und das war ein ganz berühmtes und beliebtes Instrument in der damaligen Zeit. Es stand meistens in Gaststätten, man konnte singen, man konnte tanzen oder schlicht und einfach der Musik lauschen. Und dann viel Spaß. Das war ein Piano-Accord. 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 Piano-Accord. Das war ein 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 Piano-Accord. Piano-Accord. Das war ein Piano-Accord. Piano-Accord. Das war ein 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 Piano-Accord. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das nächste Instrument war für einen privaten Haus. Das ist ein Symbolo. Dieses Symbolo ist aus dem Jahr 1900. Da spielt diese Wortspielquote. Ein Riesk. Auf anderen Seiten sind die kleinen Stiftchen. Jeder Riesk hat nur eine Musik. Die Papierrolle hat mehrere Riesk. Das ist eine kleine Sammlung aus dem 1903. Aus welchem Material sind diese? Bitte? Aus welchem Material sind diese? Blechplatte. Blech? Der Riesk ist ein Top-Hit Nummer 1. Sehr bekannt. Manchmal lebt die Instrumente eigene Leder. Untertitelung. BR 2018 Die Meldung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020